Wer von uns kann sich nicht denken von diesen besseren, schönen Lehrern in der Schule? Oder an diesen Schafchen, Frauen, Mütchen-Lehrern? Ein Lehrer steht vor der Klasse immer Frau, immer wird Schafchen zu sein, immer du für die Kinder in den Säu-Fröntel der Gesicht. Und die Kinder interessieren, die Kinder gelichten dort diesen Frauenschafchen-Lehrern. Und dann kommt ein von den Schuljungen nur an und fragt sie, Lehrer, ich habe gemerkt, wo seine freundliche Frau durch dein Leben ist. Wo hast du gelehrt, Frau zu sein? Aber wo merkt die im Leben, dass die Frau war? Und die Lehrer sind still und sagen, ich habe nicht einen Lehrer gehört, wer mich auch gelehrt, Frau zu sein. Ich habe viele Lehrer gehört. All diese besseren, schönen Menschen, die in meinem Leben sind gekommen sind, in Trüger, in Betten, in Syrien und all sind. Und ich habe mir beobachtet, und ich habe mir immer gesagt, dass dort, wo ich nicht bin, ich bin ein froher Mensch, ich bin nicht ein schöner, dauer, besserer Mensch. Und ich habe mich dort vergenommen, und dort, wo ich auch sage, Frau, wenn ich mir dort vergenommen habe. Im Sprüche, Kapitel 6 hier, verschworen, wenn ich sage dort, früntelige Wirt, die sind so seud aus Honig. Seud am Mühl, ferne, schönen Geschmack auf dort. Und dort, wo du in der Köln sind. Früntelige Wirt, schaafige Wirt. Dort, wenn wir mit uns als Taub geworfen, das kann sein, sauberlich sein. Dort, wie es seid, dort ging scheuen. Und dort, wo wir das nächste Mal mit uns Taub sind, und dort, wo wir sich freuen, wann wir zu gehen sind. Mocht Gott uns helfen, Frauen, früntelige, positive Menschen zu sein. Und in der Neue Schreibmerkendung in der Welt, wo viele Trüger Menschen sind. Gott sei Dank.